Hey hey! Wow! Die ranklichsten Ergebnisse sind jetzt verfügbar. Na, wir lieben es bei dir. Ja, wir gucken, ob wir es geschafft haben noch. So, ja, ist ganz schlecht aus, ne? Wie sieht erst der Platz, liebe Leute? Wahnsinn, hätte ich echt nicht gedacht. So, da ist es. Das schöne Rui-Me-Outfit, ne? Cool! Wer hätte das gedacht, dass ich das noch schaffe. So. Und natürlich den Rui-Ölpapierschirm, ne? Sweet! Oha noch. Und eine goldene Röhre, nicht zu vergessen. Wow! 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 So, liebe Leute, willkommen zu einem speziellen Bonus-Video. Und zwar machen wir den Rui-Cup mit dem Rui-Me-Kostüm, ne? So, den wunderschönen schwarzen Weihnachtsboden und dem Rui-Ölpapierschirm, ne? Also, alles die Rui-Kostüm, die wir erhalten haben, wo wir die Rangkiste abgeschlossen haben in der ersten Woche, ne? Der hat auch so viel 23. So, dann wollen wir mal los wegen hier. So. Eieiei! Das war schon eine gute Sache, ne? Ah, die mögen mein Kostüm nicht! Das ist leidig! So! Uuuuhhhh! hmmm die troffen Und wir haben es geschafft. Süß. Tadaa. So, jetzt direkt die nächste. Jetzt kommt das Koopa Groß statt Fieber. Oh, Windy ist dabei. Die heiße Maus. So. So. Sehr schön. Gold und Silber. Lieb ich sehr. So. So. Ja, ist das cool. So. Wie im Outfit. Und das hier eine schwarze Weihnachtsroge. hoffen wir jetzt bei Sommer haben, bald und noch lange kein Weihnachten und noch lange kein Weihnachten So, und wir haben diese Silaschenstücke erfolgreich abgefahren. Ersten Platz. So, eine haben wir noch. Ui, zweimal Bowser. Das ist heftig. Dann brauchen wir mal, auf geht's, GbR-Bosers Festung 1. Eieiei. Boah, zerquetscht er, brutalster Weise. So. Boah. Das Mädel versuchen eins zu holen hier. Boah. Man, ist die schnell, du Wahnsinn. Zack. Und der Bombe. Das war ein super, super, super Rennen. Super spannend. Und wir haben es geschafft natürlich mit dem Roy-Mi Kostüm. Das war's mit diesem schönen Bonus-Video. Danke fürs Zusehen, die Leute. Und bis zum nächsten Mal. So, zum Schluss gibts noch einen Bonus. Den Hammer Bruder. So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nichts. Da geht's Grip also. Untertitelung des ZDF, 2020